Jo Mojen! Manche werden jetzt vielleicht sagen, oh nee, Warhammer kann er nicht spielen, League of Legends kann er nicht spielen und jetzt fährt er auch noch Panzer. Ja, macht er leider. Ich spiele jetzt mal World of Tanks, aber im entspannten Modus, da ich das jetzt das erste Mal spiele, ich habe bis jetzt nur das Tutorial gemacht, spiele ich jetzt ein Bot-Game. So, fahren wir los und schauen uns die Scheiße mal an. Jedenfalls sind andere Menschen dabei. Ja, fahr aber vor. Ich bin mittlerer Panzer und habe aber keine Ahnung, wo ich hin muss. Ich fahr mal hinter den Kleinen hinterher. Wollen wir mal schauen, ob wir irgendwo was gerissen kriegen oder ob ich geflamed werde, dass ich Scheiße bin. Wie in jedem Spiel, das Spiel online. Oh Gott, ein Baum gefällt. Ich meine, wie schwer kann das schon sein, einen Panzer zu fahren und auf andere Panzer zu schießen? Oh, da oben steht Panzer. Nicht getroffen. Ja, der ist hier ein Berg. Was ist denn das für eine Anzeige hier? Wollt ihr mich rollen? Das ist doch... Ich denke, da steht eine, Mensch. War das hier so eine kleine, äh, hawaiianisch, hätte ich meiner gesagt, französische Kleinstadt? Hier wird Wein angebaut. Nicht drüber rollen. Junge, das brauchen die Leute doch noch. So, da hinten ist er fein. Aufgeklärt. Da. Habe ich ihn erwischt? Ich glaube, ja. Oh, der ist aber schnell. Da steht einer. Oh, der sieht groß aus. Habe ich ihn aber ermittelt. Hier noch einer geholfen. Ja. Scheint down zu sein, der Junge. Oh, ne, da kommen die ran. Wieder raus. Ah, ich muss jetzt leider durch eure Weinreben fahren. Hier, das tut mir leid. Wir gehen nicht kaputt. So, jetzt komme ich gleich um die Ecke, sondern dann kriegt der einen. Doch, ich hab auch auf. Jetzt kommen wir hier. Aufstehen. Uh. Feierabend. Ich habe aber auch einen gekriegt. Auf, auf, auf. Da hinten steht er. Da ist einer, der kassiert. Ja. Oh, hab ich den nicht getroren. So, jetzt. Moment. Vorbereiten. Alles auf den finalen Schuss setzen. Jo. Hab ihn. Mach ihn platt. Oder ich mach ihn platt. So kann man es auch machen. Der ist down. Ich glaube, ich fahr mal lieber hin, bei ihm. Hin, 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 hinterher. Komm hier eigentlich durch so eine Wand durch hier. Jo. Ah, dauert aber einen Augenblick. So ein Haus würde ich gerne mal einreißen hier. Schönen Anklaufen. Moin. Ich bräuchte mal euren Wein. Moin. Da steht er. Jo. Der hat gesessen. Au. Der hat auch gesessen. Ah. So. Haben wir doch. Können schlechter laufen, würde ich behaupten. Einfach mal durch mit dem Lohi hier. Oha. Der hat einer Probleme. Pasbos auch nicht, Jo. Das ist aber 2%. Stehen alle da oben irgendwie in so einem Felsspalt. Treffe ich den von hier? Ich schieße einfach mal. Jo. Schön. Läuft. Ja, ist ein Bot-Game, ne? Wie gesagt, aber um erstmal ein bisschen reinzukommen, ist gar nicht so verkehrt. Ich spiele einen britischen Panzer übrigens. Aber ich dachte mir, ich will nicht mit den Nasen anfangen, ne? Das ist... Nee, das muss nicht sein. Dunkles Kapitel. Das brauchen wir nicht in dem Spiel auch noch mal irgendwie wiederbeleben. Auch wenn es die Jungs hier gibt. Ich meine, die können ja nichts dafür, die Soldaten, ne? Aber, ja, anderes Thema. Da würde ich jetzt nicht drüber reden. Das war der Adi. Der war schuld. Das will ich doch tun werden. Nein, ich rede da nicht drüber. Was? So, jetzt nehmen wir hier den gegnerischen Stützpunkt ein. Läuft. Kein Panzer in Sicht vom Gegner. Doch da hinten. Ah, okay. Der ist down. Jo, ich denke mal, das läuft. Jo. Das ging ja fix, ey. Ich denke mal, wenn man dann nachher gegen menschliche Gegner spielt, da wird das ein bisschen anders aussehen. Das war auf jeden Fall ein Schick. Was? Ja. Ich bin bescheuert, ey. Okay, das war ein Sieg. Ja, wunderbar. Jo. Das britische Empire hat gewonnen. Gegen die bolschewischen, bolschewischen, was? Nein. Okay. Ja, das war doch schon mal ganz cool. Ich werde das Spiel auch mal ein bisschen weiter spielen. Auch mal dann gegen menschliche Gegner. Und da dann total reinfehlen. Reinzacken, reinfieten, was auch immer ihr wollt. Jedenfalls danke, dass ihr dran geblieben seid. Und euch das angeschaut habt. Und ja, da kommt demnächst mehr. Auf jeden Fall. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Und, oh Gott, klang das gerade scheiße. Aber egal. Wir sehen uns. Oder ihr seht mich. Und ich sehe euch, wie ihr mir zuseht. Wie sollte das gehen? Alles klar. World of Tanks wird wahrscheinlich weiter gespielt. Also dann. Ne? Durchgehalten. Tschö, tschö. Tschö, tschö. Tschö, tschö. Tschö, tschö. Tschö, tschö.